So, was drin? Also auf jeden Fall so, ich bleibe auch noch. Ihr seht schon, ich habe mir jetzt Doctor Strange für mich nicht lebhaft, sondern eher in Gold jetzt besorgt. Ihr denkt dran, Level, was finde ich jetzt? Level 184 muss man sein, um den so freizuschalten. Also 16 Level bleiben noch übrig bis zum Level 200. Dann haben wir alles und dann, keine Ahnung, was ich dann noch mache, ob ich dann einfach noch so weiter level. Aber ich muss sagen, die Season macht schon irgendwie Bock. Mit Rettet die Welt verbunden, also irgendwie. Aber das Problem ist, wir haben noch nicht mal Woche 4 und schon fast Level 200. Also das Leveln ist ein bisschen zu leicht in meinen Augen, aber natürlich holt man das trotzdem gerne mit. Wir gucken uns das Ganze nochmal gerade an in der Lobby, damit es nicht wieder heiß ist, bist du gar nicht. So, das bin ich, YT-Familyag, Level 184. Früher kann man ihn auch nicht freischalten. Also ihr seht, hier die Seite müsst ihr auch noch komplett haben. Ich wollte halt echt ihn haben, weil es persönlich eigentlich am besten aussieht. Also, in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein! Bis zum nächsten Mal!